Gratulation Rudi Kurz, ganz klar das Hit 6.1.6.2 gegen Can Güven, das bedeutet für dich Finale in den Staatsmeisterschaften und vor allem Wildcard zumindest einmal für die Qualifikation beim Future. Was sagst du dazu? Ja das ist super, also heute muss ich sagen hat wirklich alles passt, also es war schönes Wetter und der Gegner ist mir auch sehr kregen, also ich war mit meinem Spiel super zufrieden und die Wildcard, ja das ist natürlich eine super Draufgabe, ich habe sowieso vorgehabt, dass Future zum Spiel, falls ich reinkomme und wenn ich jetzt schon mal die Wildcard für die Quali habe, ist das natürlich perfekt. Den Gegner hat er oft geholfen mit vielen leichten Fehlern, das wird morgen wahrscheinlich nicht der Fall sein gegen Schretter oder Morbiza, was musst du morgen besser machen, dass du da dabei bist im Finale? Ja das stimmt, das ist klar, also dass der Gegner heute nicht so qualitiert hat wie der morgen, war mir schon klar, naja ich muss man im Prinzip nicht viel anders machen, ich muss mich einfach wirklich 100% konzentrieren und schauen, dass ich auf jeden Fall hinlaufe und eben alles gebe und dann kommt es oder kommt es nicht.